So und damit einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um die Hornhautverkrümmung oder mal wieder um die Hornhautverkrümmung. Und wie ich schon mal gesagt hatte, Hornhautverkrümmung ist eigentlich etwas, was man entweder nebenbei hat zu seinen eigentlichen Augenproblemen oder vielleicht auch in seltenen Fällen als einziges Augenproblem. Bei einer Hornhautverkrümmung ist quasi, wie der Name schon sagt, die Hornhaut verkrümmt. Unsere Augen sind ja unterteilt in verschiedenen Bereichen und die Hornhaut sitzt hier ganz vorne, quasi der Eintritt zu unseren Augen, ist sozusagen unsere Schutzschicht und naja, wenn das Auge Verspannungen hat oder Überanstrengungen, dann schiebt sich das so ein bisschen zusammen und demzufolge entsteht dann so eine genannte Hornhautverkrümmung. Und deswegen mache ich das auch tatsächlich mit jedem, mit dem ich Augentraining mache, als allererstes erstmal seine Hornhautverkrümmung zu trainieren beziehungsweise, dass die komplett weg geht. Oftmals wird ja noch angeboten, gerade heutzutage, dass mit Laseroperationen die Hornhaut behandelt werden kann. Die meisten vergessen allerdings, dass dabei unsere Hornhaut, welcher nur ein halben Millimeter dick ist, zur Hälfte abgetragen wird. Und der Eingriff ist generell auch ein ziemlich gefährlicher und hat natürlich Risiken und nachher auch irgendwelche Nebenwirkungen. Unter anderem hat man Schwierigkeiten beim Kontrastsehen oder man hat auch eine Nachtblindheit, die man vorher vielleicht nicht hatte. Das sind so kleine Nebenwirkungen, die auftreten können bei einer Laseroperation und wie so oft bei geringen Dioptrienzahlen, also so unter zwei bis maximal drei Dioptrien, wird sowas nur angeboten. Und wie du auch weißt, beim Augentraining ist es ähnlich. Wenn du deine Augen trainieren möchtest, funktioniert das umso schneller, je niedriger deine Dioptrienwerte sind. Und je höher die Dioptrienwerte sind, desto länger dauert das Ganze einfach nur noch. Und desto intensiver musst du deine Augen trainieren, desto ein größeres Spektrum brauchst du. Und wie gesagt, ich fange immer ganz gerne an, mit Hornhaut-Verkrümmung das anzugehen, weil das wirklich sehr, sehr schnell behandelbar ist. Und ich hatte es schon mal in einem letzten Video einmal erklärt, wie man seine Hornhaut mit Hilfe seines Daumens sozusagen einfach in den Griff bekommt. Diese Übung habe ich vorgestellt. Wenn du da nochmal schauen möchtest, kannst du gerne dieses Video anschauen. Heute möchte ich dir mal den nächsten Step vorstellen, auch wieder mit Hornhaut-Verkrümmung, nur diesmal wirklich für, ja vielleicht nicht unbedingt für die Anfänger geeignet, dafür aber für, ja, die Fortgeschrittenen, die schon ihre Augen ein paar Tage oder auch Monate oder Wochen trainiert haben. Für die ist diese Übung hier, die Übung ist wie gesagt, wirklich nur für die Fortgeschrittenen, denn diese Übung ist sehr, sehr intensiv und anstrengend. Was heißt das im Endeffekt? Wenn du deine Augen trainieren möchtest und schnelle Resultate erzählen möchtest, dann müssen deine Übungen ja intensiv sein. Allerdings ist diese Übung wirklich so herausfordernd für deine Augen, dass sie sozusagen überanstrengend können. Und nein, du kannst deine Augen mit Augentraining nicht schädigen. Nein, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass gar nichts passiert. Allerdings weißt du ja auch, woher kommen Augenprobleme? Wenn wir unsere Augen dauerhaft überanstrengen, dauerhaft Stress aussetzen, dann kommt es nach und nach zu Augenproblemen. Und deswegen würde ich dir empfehlen, wirklich nicht als Anfänger diese Übung zu machen, sondern eher, wenn du fortgeschritten bist. Theoretisch kannst du, wenn du dir nicht sicher bist, ob du jetzt schon Fortgeschrittener bist oder Anfänger, einfach mal die Übung machen, nur mit den Daumen. Die habe ich dir, wie gesagt, in einem anderen Video schon mal erklärt. Und wenn du diese Übung sehr, sehr leicht schaffst, dann machst du einfach diese Übung, die ich dir jetzt vorstelle. Wir beginnen als allererstes mal überhaupt mal zu testen, ob du eine Hornhautverkrümmung hast. Dazu blende ich dir hier einmal dieses Astigmatismus-Spiel ein. Und wenn du dort die Linien anschaust, also du schaust erstmal in die Mitte, und wenn du dort eine Linie erkennst, die besonders dick ist oder besonders kräftig dargestellt wird, dann leidest du an Hornhautverkrümmung. Und wie gesagt, du kannst auch gerne mal gucken aus verschiedenen Perspektiven. Dreh auch ruhig mal deinen Kopf. Dann wirst du sehen, dass diese dicke Linie auch immer mitläuft. Also ich verspreche dir, diese Linien sind wirklich alle gleich lang, gleich breit, gleich dick. Und wie gesagt, wenn du was deutlich schärfer siehst, dann leidest du an eine Hornhautverkrümmung. Und die kann entweder horizontal sein oder vertikal. Und mit der Übung, die ich dir jetzt vorstelle, kriegst du es wirklich hin, innerhalb von wenigen Tagen, teilweise sogar auch schon nach der ersten Übung, wirklich deine Hornhautverkrümmung komplett in den Griff zu bekommen, sodass sie komplett oder vollständig verschwunden ist. Fangen wir also an mit der Übung. Ich blende dir hier mal ein tibetisches Rad, nennt sich das Ganze, ein. Und das brauchen wir heute zu dieser Übung. Und wie du siehst, hast du dort vier Bereiche. Einmal nach oben, rechts, unten und links. Und über diese einzelnen Stufen sozusagen sind einzelne Striche eingezeichnet, die nachher sozusagen als Treppe für deine Augen. Und in der Mitte siehst du ja den Punkt, den solltest du dir als allererstes mal anschauen. Und das ist quasi der Mittelpunkt, von dem du jetzt diese Übung machst. Der ideale Abstand ist ungefähr 2 bis 3 cm. Also es ist wirklich ein sehr, sehr geringer Abstand. Du kannst theoretisch zwei Finger breit oder drei Finger breit von deiner Nase diese Seetafel halten und diese Übung machen. Deswegen auch nochmal hier der Hinweis, es ist wirklich für Fortgeschrittene geeignet, nicht für Anfänger, denn es ist wirklich sehr, sehr nah und auch diesen zufolge sehr intensiv. Beginnen wir also nun mit dem ersten Schritt. Du beginnst also zwei bis drei Finger breit vor dir, die Tafel zu halten und wirklich erstmal auf dieses Stück Papier zu schauen. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass du nichts scharf erkennen kannst, das ist gar kein Problem. Wir wollen erstmal nur die Umrisse erkennen und dann uns Stück für Stück an diesen einzelnen Punkten orientieren. Und als allererstes beginnst du einmal langsam, wirklich sehr langsam, deine Augen nach oben zu bewegen, sodass du über diese einzelnen Striche, die dort eingezeichnet sind, sozusagen kannst du als Stufen, als Referenzpunkte nehmen und dich daran langsam hochhangeln, bis du ganz oben zu dieser Kugel angelangt bist. Wenn du dort oben angekommen bist, dann hältst du deine Augen für zwei bis drei Sekunden an diese Position und gehst dann langsam wieder zur Ausgangsposition in die Mitte. Das gleiche machst du noch einmal mit nach unten, also gehst ganz langsam, Stück für Stück, soweit es geht, nach unten, hältst wieder deine Augen für zwei bis drei Sekunden und gehst dann wieder langsam zur Ausgangsposition. Das ist die vertikale Achse und damit wir unsere Hornhoferkrümmung nicht verschieben, also sprich, wenn du jetzt eine Hornhoferkrümmung hast, auf der vertikalen Achse und nur vertikal trainierst, dann kann es sein, dass diese Hornhoferkrümmung sich verschiebt auf die horizontale Achse. Um das vorzubeugen, machen wir jetzt einfach noch die horizontale Achse. Also auch wieder Ausgangsposition in der Mitte, einmal nach links aus deiner Sicht, einmal nach rechts aus deiner Sicht und dann wieder zur Ausgangsposition in die Mitte. Soweit erstmal Step 1 und teste dich da wirklich Stück für Stück ran. Es kann sein, dass du schon beim ersten Versuch nach oben an deine Grenzen gerätst, dann weißt du, okay, hier hältst du an, hier machst du nicht weiter, denn wir wollen ja keine Schmerzen in unseren Augen erzeugen, denn du weißt ja, das ist was Negatives, denn wir wollen ja unsere Augen verbessern. Heißt also, du machst das einfach nach 1, 2, 3 Stunden Pause nochmal, probierst es nochmal oder wenn es wirklich nicht weitergeht, machst du es erst den nächsten Tag. Wie immer dann inzwischen genügend Zeit lassen, dass dein Auge sich wirklich erholen kann. Du kannst demzufolge auch einzelne Entspannungsmethoden anwenden. Welche das unter anderem sind, kann ich dir gerne hier empfehlen. Habe ich schon einige auf diesem Kanal vorgestellt. Wenn du das aber schon alles geschafft hast, sprich, du schaffst diese vier Bewegungen einmal komplett auszuführen, dann bist du bereit für den nächsten Step. Und zwar achten wir diesmal wieder auf unsere Atmung und versuchen, diese gesamte Übung nochmal auszuführen, aber wie gesagt, auf unsere Atmung zu achten, dass wir noch mehr Entspannung erzeugen, dass unsere Augen sich entspannen und demzufolge diese Hornhautverkrümmung leichter weggeht. Heißt also, wir gehen wieder von der Mitte aus nach oben, atmen diesmal ein, gehen nach oben, halten das wieder für zwei, drei Sekunden, atmen aus. Nur diesmal mit dem Unterschied, dass wir rechtsrum runtergehen, also wir gehen im Uhrzeiger, sind quasi einmal hoch, auf den zwölf Uhrzeiger, umgehen dann einmal in die rechts rum, halten dort wieder jetzt für zwei, drei Sekunden an, atmen auf dem Weg nach unten aus, dann wieder einatmen, komplett nach unten und zwei, drei Sekunden halten, ausatmen, wieder nach links und es einmal wieder nach oben. Also quasi einmal mit dem Uhrzeigersinn, atmest ein, aus, ein, aus und das Ganze machst du zwei bis drei Mal, also dass du zwei, drei Mal im Kreis gedreht hast. Und das Gleiche natürlich auch nochmal gegen den Uhrzeigersinn, also startest wieder aus der Mitte, gehst diesmal nicht rechts rum, sondern links rum aus deiner Sicht, wieder auf die Atmung achten, oben fängst du an, einzuatmen, gehst links rum, atmest aus, wieder zwei, drei Sekunden halten, einatmen, nach unten, zwei, drei Sekunden halten, ausatmen und nach rechts hoch. Und das machst du wirklich in einem sehr, sehr langsamen Tempo. Bitte dort wirklich darauf achten, nicht zu schnell das Ganze zu machen, denn wir wollen ja diese Hornhoferkrüppung versuchen wirklich komplett zu lösen und das funktioniert am besten, wenn du das wirklich sehr gewissenhaft machst und wirklich sehr, sehr langsam, dann hast du den größten möglichen Erfolg. Und wenn du das Ganze machst, wirst du wahrscheinlich früher oder später an deine Grenzen stoßen, je nachdem, wie sehr sind deine Augen fit, wie sehr sind deine Augen trainiert, denn auch die trainiertesten Augen oder auch die gesündesten Augen kriegen bei dieser Übung wirklich Probleme, denn es ist wirklich eine sehr unangenehme Position, weil es halt auch so nah ist, demzufolge ist das wirklich etwas, wo du dich Stück für Stück rantasten solltest. Wenn du merkst, okay, du hast jetzt Schmerzen, dann hörst du auf mit der Übung, wie gesagt, ein paar Stunden Pause, vielleicht auch einen Tag Pause und machst es dann weiter. Wenn du das Ganze geschafft hast, also einmal nach links rum, einmal nach rechts rum, dann weißt du, dass du diese Übung zu 100 Prozent erfüllt hast und hast sozusagen auch demzufolge keine Hornhoferkrüppung mehr. Wie kannst du das wieder testen? Dazu nimmst du wieder den Astigmatismus-Spiegel, dort hast du die Linien vorher einmal dick gesehen und wenn du jetzt drauf guckst, sollte es auf jeden Fall behoben sein, dass du keine Linie mehr deutlich dicker siehst oder deutlich stärker und sondern alle Linien wirklich gleich, so wie sie auch in Wirklichkeit sind und wenn das jetzt dein Augenproblem schon war, dann kannst du sozusagen aufhören. Wenn du jetzt zum Beispiel noch kurzsichtig oder weitsichtig bist, dann kannst du danach noch demzufolge die Übung machen für dein jeweiliges Augenproblem. Grundsätzlich würde ich dir empfehlen, diese Übung mehrmals täglich zu machen, dazwischen öfter mal Pausen zu lassen, also von mehreren Stunden. Mach das am besten einmal früh und einmal abends, dann bist du auf jeden Fall gut aufgestellt. Wenn du es nochmal besonders gut machen möchtest, machst du es einfach nochmal mittags zum Beispiel, dann bist du auf jeden Fall auf der richtigen Spur und wenn du das über die nächsten drei, vier Tage machst, verspreche ich dir, egal wie schlimm deine Hornhautverkrümmung ist, dass deine Augen wirklich sich verbessert haben und dass deine Hornhautverkrümmung komplett weg ist. Ja, die Seetafel zu dieser Übung findest du wie immer auf unserer Website zum kostenlosen Download. Wäre schön, wenn du da mal vorbeiguckst. Ansonsten war es das auch schon mit der Übung. Würde mich sehr freuen, wenn ich dir bei dieser Übung helfen konnte. Demzufolge gib doch gerne mal einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Ansonsten abonniere auch gerne diesen Kanal. Ich zeige dir regelmäßig weitere und spannende Übungen zum Thema Augentrainieren und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.